Hey, Techender, du darfst doch nicht entscheiden, das müssen die, äh, das müssen die anderen entscheiden hier, Swiss und Stone, deren Stadt, fast getroffen, Miri, fast getroffen, Miri. Du misst viel. Da ist noch ein, äh, ein Seppfeier. Warum fällt der auch so ab? Stone, Swiss, hallo? Hier, ist es okay? Hier, 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 rein, hier, so, hier? Wir müssen es natürlich auch zubauen können, also wir sollten da schon eine sichere Tür verbauen, dass nicht die ganze Zeit Viecher durchkommen können. Tschüss. Ähm. Mach mal mit dein, du hast ja jetzt auch dein Atomic Edition, da drück mal Shift und rechte Maustaste. Da hast du jetzt verschiedene Modi. Der erste müsste slow sein. Damit baust du langsamer. Kost halt je, abbauen, acht Energie. Das daneben zeigt immer, was es an der Energie kostet. Was ist Wayne? Wayne ist, von einem Erz, alle Erze im Umkreis abbauen. Also die ganzen, die zur Ader dazugehören. Cool. Da gibt's Fast. Mach mal Fast. Komm mal drauf. Boah. Und dann gibt's halt Wayne, genau. Und was nimmt man normalerweise? Normal. Und dann, wenn du halt Wayne, Wayne, wenn du halt Erze findest, ist ganz praktisch. So, ich mach jetzt hier einfach, wir machen jetzt hier einfach ein schönes Loch rein. Und dann sollte, müsst ihr das nur noch schützen. Und Kira müsste dann irgendwann das Ganze vielleicht noch schön verkleiden, damit es schick aussieht, hier nach einem coolen Raum. Ist das okay so? Kann ich das hier hinstellen, Leute? Oder muss es noch tiefer rein? Das hier ist Version 1.1.2. So. Okay, was hab ich fast jetzt hier hin? Ihr müsst es dann sicher noch. Ähm, 1.2. Aber ich glaub, wir haben den Raum nicht symmetrisch gemacht. Kann man ja im Nachhinein noch. Die Reihe sehen, dass ein Häuser beginnt. Ich hab zu viel Obsidian mitgebracht. Nein, du hast es nicht hoch genug gebaut. Das gibt's doch nicht. Was ist los mit dir? Nein! Ich hab ein Baloui gebaut. Tut mir so leid, ne? Das ist so unfähig. Oh, ich hab so wenig Obsidian. Was wolltest du bauen, ein kleines Löchchen? Was willst du für so leid? So ne Kacke, dann ist das ganze Raum gar nicht... Bin ja noch gefallen! Was ist denn gerade los? Hast du gerade deine 5 Minuten? Hey! Ich hab immer meine 5 Minuten. Das sieht total kacke aus. Mach das mal schön hier. So, jetzt machen wir die Decke auch noch mal. Alles sind hier zur Eröffnung. Ja, sie freuen sich alle schon, weil sie seit 100 Jahren mich voll heulen, dass wir endlich in den Nether gehen. Und wir machen das erst im Stream. Ich meine, irgendeinen Content-Blocker muss ich den ja fortsetzen, sonst sind die ja sonst wo, bis wir soweit sind. So, fertig. Ja? Die große Zeremonie zur Eröffnung. Wahrscheinlich kommt gleich irgendwas ganz fürchterliches da rausgerannt. Das Nether-Tals. Das Nether-Tals. Nein, der Nether-Portal. Hey! Hey, wer movt mich denn hier rum? Au! Was? Irgendwie hat mich gemuft. Es ist eröffnet! Uh! Hier, geh du zuerst. Okay, geh du zuerst. Techender, du nicht zuerst! Raus da! Ich will nicht zuerst. Ich geh zuerst. Der König schreitet in seiner wichtigsten Mission voran. Auf Wiedersehen, meine Freunde! Au! Okay, und nimmst du noch? Yeah, ich bin im Nether. Das sieht schön hier aus. Kommt rein, ihr dürft alle rein. Nicht Tech N.I.M. Ich hätte da erstes gehen müssen. Du bist so ein unhobeliger Sonstwas. Oh, wo stehen wir denn hier? Aber scheiße, ist gar nichts, ne? Ja, damit sind wir im Nether. Meine Güte, ist das ja eine schlechte Position. Wir sind hier mitten in der Luft. Ja! Ich werde das erst mal auf einem Minimap markieren, damit ich es nicht verliere. Den Waypoint darf ich niemals verlieren. Äh, Portal. Wie ist es jetzt, mein Waypointe? Ja, hier nehmen man B drückt. Was? E? G? B. B, wie blöd, Mann. B, wie blöd, 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 blöd. Ja, wie blöd, 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 blöd. Boah, hier rüber mit dem Hengleiter. Au, auf mich zu schlagen. Ich möchte da nicht rüber mit dem Hengleiter. Bleiben wir doch hier. Das war der Ausflug in Nether. Ich fand ihn gut. Ich muss erst mal gucken, was hier gibt. Hier ist ein Bienennest in der Nähe schon mal. Da oben ist ein Ding mit einer goldenen Rüstung. Ja, das ist eine Glowstung, glaube ich. Cool. Sieht fancy aus. Ja, ihr könnt euch jetzt also hier durch die Gegend reisen. Zwistiger wollte ja hier sein Zeug haben und so. Das ist ein Ding, das ist ein Ding, das ist ein Ding, das ist ein Ding, das ist ein Ding. Das ist ein, ah, ein Ding. Eine Netherthold. Ich kriege sie nicht tot. Ich habe kein Schwert in der Hand. Boom. Das ist ein Toll, das sind schief. Ah, das ist ein Ding, das ist ein Ding, das sind zwei Dinger. Das sind ganz viele Dinger. Okay, eins ist tot. Das ist ein Atomic Disassembler. Wow, 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 wow. Oh, da drüben ist schon einer und baut ab. Ja, die Leute halten da den Druck nicht aus. Das ist unheimlich hier. Warum kommen hier immer Viecher? Das ist ja gefährlich in der Welt. Lass uns mal auch darüber gehen. Was, wenn ich sterbe dabei? Dann stirbst du halt. Dann, ähm. Guck mal, hier unten ist grünes Erz, das baue ich mal ab. Nein. Doch, mit meinem Atomic Disassembler haben sie gesagt, darf ich das. Kalte Ried. Und zwar muss ich den auf Rainbow stellen. Guck mal, das ist ein Grüne Cassis. Glaubst du, das ist ein Lett? Okay, das ist nichts passiert. Schon mal. Weil hier ist nämlich die scheiß Moddauer. Da ist ein Vieh, da ist ein Vieh, da ist ein Vieh. Au. Er schubst dich gleich runter. Das wäre es jetzt gewesen. Das sind zwei Viecher, das sind zwei Viecher. Das ist ziemlich kacke. Jetzt, Kathi, du müsstest uns mal einen Stützpunkt hier bauen. Du musst es uns sichern. Ey, wo renne? Jetzt, Kathi, hat die Aufgabe hier einen Festungsstützpunkt zu bauen. Damit wir hier auch sicher von A nach B kommen. Gruselig. Das ist, weißt du, ohne Jetpack traue ich mich jetzt die ganze Zeit. Wow, das ist ein super Stützpunkt. Das sollte ich ändern, der kann nicht bauen. Das könnte ich auch machen. Das ist eine Biene, es dauert eine Biene, hinten, eine Biene. Oh nein, eine Biene. Das ist aber eine große Biene, die Horror-Biene. Bäh, bäh. Ich mache das hegelen Geräusch. Die echte Biene, das ist ja gruselig. Da oben kämpft einer gegen den Glowstone-Typen. Los, Glowstone-Typ. Oh, das ist die Gartgenauung. Langweilig. Schade, er lebt noch. Wir sitzen hier, unser Bestes, mit mir übrigens auch Fleisch, ne? Sehr lecker. Boah, ist das eklig. Wie auch, wenn es mal auf Gehacktes stehen würde und ein bisschen drauf rumspielen. Igitt, das ist eine Gehacktes-Insel. Ja. Guck mal, da drüben wird einer von zwei Köpfen verfolgt. Das sieht cool aus mit dem... Guck dir das mal an. Los, hinterher, ich krieg den, ich krieg den. Nicht auf mich, nicht auf mich. Ihr seid behindert. Ja, genau, jagt dich. Ich stehe schon wieder auf dem Fleisch. Eine Biene. Ich glaube, Miri, wir sollten uns ein Jetpack machen, oder? Eine Biene. Sonst kommen wir hier, glaube ich, nicht sauber weg. Fisch. Netherrack haben wir auch noch nicht, glaube ich. Der Boden besteht aus viel Weich. Das ist ja lecker. Nein. Das ist so eklig. Bodensegment kann ich nicht scannen. Oh, hallo. Oh, wow, die Festung, ne? Der Eingang. Gut geschützt. Poison gelahnt. Okay. Ha! Hey, Feuerwerk, Mirna Feuerwerk. Nein, wuuu. Da hinten kommen noch mehr. Oh, warum kommt ihr denn? Auf welche Entfernung kommt ihr denn immer? Oh, die Wespe ist aber schnell. Wo ist die Wespe? Hinter dir? Du machst unsere Basis kaputt. Das ist Fleisch. Das droppt nicht als baubaren Block. Das bedeutet, dass wir da nachher Probleme haben können. Ich habe meinen Schrank auf Flash. Möchtest du? Nein. Kannst du gerne behalten. Lass uns mal wieder zurückgehen. Ich gehe da mal wieder zurück. Die festige Eröffnung des Neathers hat ja funktioniert. Hauptsache, ihr sichert das jetzt ab, dass ihr nicht irgendwie... Es war Fleisch überall. Ich war drei Sekunden, war ich nicht hier. Drei Sekunden höchstens. Was ist passiert? Und jetzt ist einfach hier voll die Festung. Die Tür, ich kriege sie nicht auf. Huch, das sieht aber gruselig aus. Oh, da scheint irgendwas drin zu sein. Hörst du es? Bringt doch nichts hier mit. Ihr habt eine Seele mitgebracht. Hängt bei dir auch gerade alles? Ja, ich kann die Tür nicht zumachen. Die Seele hat alles durcheinander gebracht. Da ist eine... Ihr habt eine Soul mitgebracht. Ein Boss. Sie jagt den... Was habt ihr denn da gemacht? Wie ist die denn hierher gekommen? Wenn ihr unsere Stadt zerstört, dann störe ich euch. Sie jagt. Ah, sie ist auf mich. Alarm, Alarm. Alarm. Jetzt verfolgt dich. Schnell. Macht sie weg. Macht sie weg. Macht sie weg. Es stirbt nicht. Es tötet mich. Das war eine tolle Idee, so ein Vieh herzubringen. Wer ist verantwortlich dafür, dass es hierher gekommen ist in unsere Welt? Ehrlich. Ist es tot? Ja, klar. Ein Glück. Das war unheimlich. Ja. Lass die Tür da einfach zu. Hier. Am besten sollte man noch eine zweite Tür davor bauen, so als Schleuse. Storn, was machst du denn hierher? Storn, was machst du denn hier für eine Suppe? Wo bist du hingegangen? Storn, was machst du hier bei Wasser? Wenn das Kira sieht, die haut dich. Nicht Kira. Jetzt Kati. Jetzt Kati hau ihn. Du hast die Wasserfälle kaputt gemacht. Mit Zeug. Ich weiß nicht mehr, was das ist. Was ist das? Phonisch. Oh. Ganz super. Toll. Was passiert jetzt? Ja, da kannst du erst mal reparieren. Wie Spaß dabei. Oh Mann. Ja, genau. Das ist Version 112. Ach, Mili. Lass uns mal. Wollen wir mal irgendwie auf Dungeonsuche gehen? Können wir machen. Wo bist du? Wollen wir mit unseren Kleidern dahin fliegen? Oder wollen wir mit unseren Kleidern dahin fliegen? Oh Mann. Ich nehme auch meine Kleider. Wo bist du? Ich bin oben. Eben das ganze Zeug in die Schatzkammer bringen. Ganze Zeug. Ja, mein Fleisch. Ja, ich habe halt mehr Zeug. Wo gehen wir denn hin? Diese Festung werde ich niemals verstehen. Nie. Oh nein, sie ist zu. Mist. Ich gehe aus rum. Da sind überall diese Geister. Dieses... Das Fire. Was? Nein. Jemand hat den Rückeingang zur Schatzkammer zugemacht. Das geht doch nicht. Die muss da doch reinkommen. Zumindest während des Streams. Nachher können wir es wieder zubauen. Ja, Swiss muss eigentlich noch seine Strafe absitzen. Ich weiß nur gerade noch nicht, was wir ihm zu tun geben können. Hast du einen leeren Rucksack, Miri? Weil wir brauchen ein bisschen Platz für alles. Äh, ja, den blauen. Soll ich den weißen auch mitnehmen? Ja, ich glaube. Ich glaube, ich nehme auch zwei mit. Habe ich meinen weißen nicht auch hier gelassen? Muss ich meinen weißen Rucksack? Oh nein. Oh nein, mein weißer. Ach da. Sehr schön. So, dann kann ich nämlich einen mal in meinen ganzen Zauber reinlegen und den Zauberstab für später. Och komm schon, du kack Mistvieh von einem The Fire. Geh weg. Dankeschön. Cool. Für die Burger. Oh, oh, wo Burger? Burger. Hast du Burger im Inventar? Nein. Ich habe zwei Steaks. Hier kannst du einen haben. Oh, so lieb von dir. Dankeschön für die Burger für die Reise. Das ist schon mal gut. Inventar voller Essen. Schlafsack habe ich dabei. Kerzen. Vielleicht sollten wir noch ein paar mehr Fackeln mitnehmen. Ja, ich habe 20. Ja, vielleicht sollten wir uns zwei Steaks mitnehmen. Was hältst du davon? Aber 20. Gut, finde ich hier diesen Seiteneingang da rein. Ja, der war vorhin zu. Ich musste ihn wieder aufmachen. Irgendwie hat ihn einfach geschlossen. Wir haben keine Kohle. Ah, hier vorne zumindest nicht. Sind in den wertvollen Kisten. Ein bisschen Kohle. Äh, nur Blocks auf Kohlenmist. Das ist halt klein zerlegen. Ach. Oh, guck mal. Kira hat schon Fackeln gemacht. Dankeschön. Okay. Sticks für Miri noch. Sticks für Miri noch. Sticks für Miri so. Oh, es war jetzt so viele Fackeln. Miri! What the Fackeln? Hier. Wie viel bekomme ich denn jetzt? 2 Stacks. Das ist aber viel. Gut. Na, dann machen wir uns mal. Wenn einer eine Reise tut. Yay! Wir reißen. Was machen die denn da draußen? Ich weiß nicht. Drum spinnen mal wieder. Okay, dann. Na. Dann kommen. Dann gehen wir. Ja. Gehen wir irgendwo hin. Fliegenwerfer. Mal gucken, ob wir ankommen. Hauptsache weg von dem Scheiß Wasser. Guck mal gerade. Auf der Map, wo wir hinfliegen können, wo vielleicht noch niemand so wirklich war. Weil, ich glaube, unseren Dungeon haben die nämlich schon clear gemacht. Einfach so. Oh nein. Unser Dungeon. Wir könnten nach Osten oder Westen. Da ist eine große Stadt. Da waren wir aber schon. Ich glaube, wir fliegen einfach in die Richtung, wo wir gerade gucken. Über die Leute weg. Und dann müssen wir einmal ein bisschen übers Meer hinaus. In die Richtung. Schaffen wir das? Über das Meer fliegen. Ja, wir müssen uns wahrscheinlich ein Boot bauen. Finde ich nicht gut. Okay. Und dann. Huhu. Pfff. Man sollte sein Kleider aufmachen. Ja, sonst kommt man nicht so weit. Nein. Das war eine Scheiße. Diese Wassergeister geben wir. So, was wollen wir auch benutzen? Hallo. 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 Hallo.